Das war mit Abstand eins der besten Apartments, in denen ich jemals war. Unsere Reise nach Madrid war unglaublich. Das Essen war so verdammt lecker und ich hab endlich gelernt, wie man ein Wheelie mit dem Roller macht. Ich bin gefühlt die ganze Zeit nur noch so gefahren. Macht das auf keinen Fall nach, Leute. Das ist echt gefährlich. Ich hatte auch bis zuletzt die ganze Zeit Angst, dass es mich hinlegt. Alex war das Ganze etwas zu viel. Ich weiß nicht wieso, aber wir sind in Madrid so viel mit dem Roller rumgefahren. Auch auf Strecken, wo man lieber nicht hätte fahren sollen. Und so sah das Apartment bei Nacht aus.